3, 2, 1 Pum Ja, und mit diesem wunderschönen Bild begrüße ich Sie, lieber Zuschauer, zu einer weiteren Folge Let's Play... Was, was? Oh Gott, oh Gott, ii, nein, aha Vor allem, er hat keine Hose an, geht's dir gut, Wünnchen, geht's dir gut? Ich hab keine Hose an, oh, stimmt Nein, du hast keine Hose an Komm, wir spielen jetzt ein bisschen Nein Mh, guck mich an, Schatz, guck mich an Na Gott, er hat die Tüte vom Kopf genommen Wieso hab ich Hähnchenschenkel im Inventor? Ich weiß es nicht Oh, Hähnchenschenkel, lecker Boah, hätte ich jetzt Bock drauf, naja Ja, wie gesagt, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Creative Boah, wir sind hier immer noch bei der kleinen Ebene zugange Die ist echt verdammt groß Sieht man die denn? Ich fand es cool ist, die sieht man von hier gar nicht Also von der unteren Plattform hier Was? Die, die, die Riesenplattform, die obere Die sieht man kaum Kaum ist gar nicht Nee Ich meine, klar, wenn man jetzt hier hoch Im Wachtturm steht Okay, dann sieht man sie natürlich Aber sonst Skull, Skull Na 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 Der möchte 27 Papier haben Oder Ein Buch Wie kann ich denn mit denen interagieren? Äh, mit Rechtsklick Was möchte der? 24 Kohle für Smaragd Bei mir will der Von dieses Geräusch, was die machen, wenn man die schlägt Mit dem Schwert Ja Oh, wie Hast du die gesetzt? Nein Oh, wie süß Hab ich nicht Sowohl Nein Wie denn? Was ist denn das überhaupt? Kann man nicht irgendwie Oh Guck mal hier Guck mal hier Ernsthaft Oh, wie süß Oh, wie süß Nein, nicht töten Oh, nein Das kann ich mir nicht anhören Nie mehr und so süß Oh, wie süß du bist Ich nenn mich Herr Flauschefuß Und du bist meiin Die kommen alle zu mir Warte, warte Meine 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 Hallo Wie nennst du die? Herr Flauschefuß? Wer? Was war das? Nichts Wen? Mein Sohn Such dir eine Katze aus Oh, ich möchte Das da Oh, wie süß Mein Flauschefuß Ich musste Doppel-S nehmen Weil Oh, komm her Komm her, Flauschefuß Komm her Wo bist du? Da Ja, da Flauschefuß Nee, das doch nicht Flauschefuß Flauschefuß Moment Flauschefuß Ich hab Holz in der Hand Boah, die sind so süß Die, die, die Können wir irgendwo in die Höhle packen In einem Raum Oh Gott Wie viel sind das denn hier? Gibt mein Flauschefuß Noch Da, Flauschefuß Den musst du aber am Leben lassen hier Ey, dein Ernst? Ey, Junge, ich weiß nicht mehr, wo ich bin Ähm Dein ganzer Stuff liegt hier noch Ich hab nichts eingesammelt Was? Hast du Flauschefuß am Leben lassen? Ich guck immer Wenn ich keinen Namen sehe, da hau ich drauf Kann ich nicht keinen Namen sehen? Wie heißt du? Doch, du hast mein Diamantschwert geklaut Nein Weißt du, wie schwer das war, das zu beschaffen? Klar, Mann, das ist weg Wenigstens ist mein Feuerwerk und meine Eier sind noch zu Was? Ja Boah, Alter Was denn? Du könntest ein wenig mithelfen Ich töte keine Kätzchen Ich auch nicht Ich, wo? Ich helfe den Kätzchen, das ist Massentierhaltung, was hier herrscht Das ist ungesund Ich töte dich gleich und teleportiere dich nicht Und nehme dir die OP-Rechte weg Fertig OP-Rechte? Ja, OP-Rechte Ich hätte gerne eine Brust-OP Recht Wo ist mein Flauschenfuß? Werde, du hast ihn getötet Weiß nicht, ich hau jetzt einfach alles Hier, da Du hast ihn getötet, da vor? Ja, vor mir Den musst du am Leben lassen Der wohnt jetzt hier Kann man machen, die anderen nicht So soll ein anderes heißen Das ist, das ist Nein, das ist Flauschenfuß Ist doch nicht Flauschenfuß Doch, du hast ihn getötet Ach, ne, da ist er Ich töte dich da immer Hallo, ja, Flauschenfuß Ja Bist du flauschig? Ja, bist du flauschig? Oh, guckst du Ich glaub, das war eindeutig, oder? Was denn? Dass die Katze einfach weggerannt ist Nein, die musst du nur mal biebieren Guck Achso, achso, ja, ja, klar Guck mal, wie lustig dir Wie frivol der mit den Schwänzchen wackelt Ich wackele auch immer mit meinem Arm Echt? Ja, du wolltest ja hier Was wolltest du hier machen? Und top of the platform? Ein Ei legen Bedürf Ich wollte da so einen Ja, so einen harten Markt eigentlich Wo dann so kleine Geschäfte drin sind So kleine Stände Der eine verkauft Obst Der andere verkauft Baumrinne Der andere verkauft Rindenmulch No Oberschenkel Oh ja Oberschenkelmuskeln Ja, dann würde ich einfach mal sagen Machst du hier oben weiter Ich baue dann einfach mal die Reis mit Schrimps Reis mit Schrimps Ja Du machst hier oben weiter Und ich baue die Nächste Eichelhängebrücke Hier rüber Nee Ich weiß doch gar nicht wie man so Stände baut Alter Muss ich mir jetzt erstmal Materialien zusammensuchen Ja Erstmal craften Und so ne Mh Mal ne Spitzhacke Ja Spitzhacke 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 Was? Weiß auch nicht Auf welche Höhe sollen wir in die Höhle rein? Wegeplatte Was ist ne Wegeplatte? Steindruckplatte Wegeplatte Wegeplatte Achso Wegeplatte Für Wagen glaube ich Keine Ahnung So Kaktusgrün Mh Das esse ich immer zum Frühstück Kaktusgrün Das passt zu mir Die Höhe hier In die Höhle Oder Verdammt Das ist nicht Was? Wo? Hier Höhleneingang Die Höhe? Ja Die ist super Okay So Wie mach ich das denn? Ich hoffe jetzt einfach mal Weil die Musik ist doch Relativ hoch Ich bin viel zu tief Relativ laut Ich hoffe dass sie nicht zu laut ist Bei mir Meine ist chillig Ja Meine Meine auch Manchmal wird die so Äh Machen wir so Total laut Oh 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 da könnte ich so einratzen Ah Boah zum Glück siehst du nicht Was ich hier für ein Schäbige Kacke baue Ja Find ich auch Ich mach jetzt hier den Weg Einfach mal zwei Zwei Block Zwei Block Right Oder? Pass ich dich? Ja mach ich auch Mach ich mal Psss Und jetzt zum Beispiel Hab ich einfach wieder Gar keine Musik Man merkt richtig Wie konzentriert du bist Ich mal gerade einen Kreis Was? Du malst Was? Ja wie konzentriert ich bin Was machst du? Nichts Warum malst Warum Warum Hä Warum nicht? Äh ja Das Frage ich mich auch Mal Na Irgendwie ist die Musik Gerade echt doch sehr Äh Laut Ja Ja Also bei mir Ist die Musik Aus Warum auch Magma Creme Nein Nö Nö Das ist das Äh Oh Gott Ist das Anstrengend Was machst du denn da? Äh Ich baue Stützen So Aber vor allem überall wo du hingehst, hörst du Hühner gegackern. Ich glaube, ich habe den schönsten Laden der Welt gemacht. Moment. Wie schön. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Jetzt ist es schön. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich habe das Zauntor auch in Schwarz-Eichen-Holz gemacht. Vor allem nicht, rohes Hammelfleisch und 10 Federn. Wieso nicht? Richtig, wieso nicht? Also ich habe meine Brücke fertig und die Folge ist aber ja schon vorbei. Das geht immer so schnell. Ja, ich würde mal sagen, während du was auch immer da gerade baust, sage ich einfach mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.